Die Zeit der Untertanen ist vorbei, obwohl einige Politiker meinen, hier eine Renaissance erleben zu können. Nein, da machen wir euch einen Strich durch die Rechnung. Ja, wir stehen für freie Meinungsäußerung, wir stehen für eine freie Gesellschaft und wir lassen uns auch nicht durch Panikmache oder Drohungen, Androhungen von neuen Gesetzen, die weiterhin für Unterdrückung sorgen sollen, wir lassen uns dadurch nicht einschüchtern. Ich sage danke für eure Unterstützung, uns wird es auch noch morgen geben. Ja, und wir werden immer mehr, täglich immer mehr. Danke für eure Unterstützung.